Der erste der drei Helden war Amadeus, ein Zauberer. Vielleicht nicht der mutigste oder der mächtigste, doch war er schlau und verständig. Dann war da noch Pontius, der Ritter, furchtloser Beschützer des Reichs, der gutes Essen, Tränke und den Kampf liebte. Und zu guter Letzt Soja, eine Diebin. Eine Unternehmerin. Soja, eine Unternehmerin. Sie war geheimnisvoll und in einer dunklen Nacht nur ein vorbeihuschender Schatten. Amadeus, der Zauberer, schlief in seiner Hütte. Das war der Ort, an dem er seinen Feuerballzauber studieren konnte, verborgen vor den spöttischen Augen seiner Frau. Hey, mach das aus. Ich bin hier am Schlafen. Was ist denn? Wer ist da? Ja, hi Leute, ich bin's wieder, euer Metal Queen, und herzlich willkommen zu einer neuen Serie. Diesmal ein Let's Play Together Fine 2, zusammen mit dem? Soul Cruiser. Ja, da wollen wir mal loslegen. Er sagt hier, bewegen, bewegen, bewege dich, bewege dich hier. Aber hüpfen kann man auch. Ja, move it. I like to move it, move it. NSD World hier. Ja, aber voll. Mega. Spring. Also ich spiel mit dem 360-Controller, ich weiß nicht, warum du spielst. 360-Controller? Okay. Wow. Wir sind zu schwer für die Blase. Ey, was hat der hier auf der Schleimspur ausgerutscht? blockiert das den großen zauberst du dir mal weg machen hier mit seiner magie konnte er dinge anheben ob das so sinn der sache war ich weiß nicht da oben ist auch so eine flasche okay ja erst mal schön in die andere richtung gehämmert ich glaube hier kann man nicht da oben hin Warte mal so ja erst da warum ist auch noch was drauf als da kommen hoch zu Kuschita du Magier und so wollen wir müssen glaube ich hier so eine Kiste na ist das da was denn da ist das licht bewegte sich durch den wald und führte amadeus weiter zwischen angst und staunem ich muss bei dir echt angst haben so upa ups das ist aber schön synchron oder wahrscheinlich eine Kiste hätten wir auch Warte mal Kiste mach ich achso da oben ist mal ein Zeiger gerade musst du noch eine Kiste machen ja dann mach ich die eben warte schön mit dem kreuzchen j das weiß wo wir hin müssen keine Ahnung aber ich hab mal so gelernt bei Mario bis nach rechts laufen ist immer super das stimmt oder bei China Sisters oder auch da die Situation aber da sollte man noch auf das nach rechts und links gucken wer ist er denn da können wir jetzt gleich zwei verschiedene nehmen ne glaub ich so mal gucken ob wir immer noch die gleichen sind dass die helden wieder einmal gebraucht wurden wie bist du hier gelandet dann hör mal zu ja wir sind die gleichen boah also ok ich hab den gelben Mantel mhm ok Metzeln ja jen mit ein wenig Glück gibt es heute Kürbis Kuchen zum Abendessen Kürbis Kuchen zum Abendessen also bitte ah na 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 ja ja der jetzt oooh Pappen man kann sich hier auf die Schaufen stellen guck mal naja ich bin schon auf der anderen Seite Hilfe aber irgendwie abgestürzt bin und ja ich auch jetzt über die blätter ja was für wechseln ja hier das mit dem zweiten stick muss er dann nach oben halten damit der chill nach oben nimmt die waffe wieder weg sind das ist eine schildkröte ja das soll jetzt nichts mehr im kopf fallen was ist das glaubt das für uns was böses und grau im kampf gegen fußteblumen ist auch geil der trine das war glücklich er konnte sich keine bessere aufgabe denken als sein königreich zu retten das war den zweiten freigeschaltet das ist wieder die gelbe also bin ich immer rote du bist auf jeden fall immer gelb bin unsichtbar was du jetzt fragt mich nicht wieder gemacht habe war das auch geil hier für was sei nur assassin's creed so schießt mit dem bogen ok machen wir jetzt was sagen was du denn hier denn ente haken durch die stadt bringen dein ding ja er hängt vom drückengeländer fest hier passiert die treppe werden auch die treppen nehmen können und wir springen wieder über die dächer eigentlich da oben enter hakenkönig wieder ja richtig zaubern wir haben hier so ein kugel ding vergessen kugel kugel apparello jetzt muss ich da erstmal rückwärts hoch ich knall erstmal auf mega voll mit dem rücken wogegen was jetzt ein enter haken da gerade genutzt ja da sind alle drei da oben bist du nicht mit deinen tricks und mit klauen beschäftigt dafür gibt es eine absolut gute erklärung sagt mir wo gehen wir hin das wissen wir noch nicht soll und das abenteuer war bereit für sie am adeus sorgte sich um seine familie während pontius sich auf neue aufgabe freude so ja stellte sich natürlich vor was für einen sagenhaften schatz sie finden könnten so sieht das aus und nun jetzt starten wir wohl das spiel zu ende ich will nicht in die richtige welt aber ich denke dass jetzt nicht mehr die gleiche figur haben wir spielen können uns wahrscheinlich aussuchen meine idee da ist er wieder ok also ich bin gerade wo sie vor wechseln ab und man hier das ist ja du kannst sie jetzt nicht nehmen wer willst du denn spielen drauf immer in die fresse rein und so dann nehme ich jetzt erst mal ihn hier um aber wie weit wir kommen damit wechseln kommen ja immer noch zwischendurch ja da muss man verschieben wir aber jetzt schon los aber da geht es schon los war da oben ist aber auch was kommt man da oben ist das so ein ding was da hin und her schwebt ja mit ihr hättest du dich dranhängen können oh gott ging erst gerollt ja da oben ist wieder so ein blasen noch mal mit schmackes 1 da passiert was vielleicht was du dort meinst du da kann ich ja so ich glaube hier oben musste hier ist eine kiste und unten ist auch noch eine hätten wir glaube ich beide oben gebraucht um hochzukommen immer beiseite wie kommen wir jetzt darauf meiner springt da sofort hoch du musst da oben durch die ranke weg hier ist auf jeden fall schon mal check point da oben ist noch mal so und noch so eine blase auch noch brauchen wir nicht alles aber die flaschen auf jeden fall drauf da jetzt bin so ja so hier müssen wir lassen jetzt lösen naja wasser raus schütten dadurch ja ja ah so ich mach mal aufs ruhe abwechseln und mal gucken ob er damit weiterkommt ich kann auf jeden fall ein bisschen hier ja ja mach mal mach mal runter genau jetzt ist oben drin da ist das noch so eine bubble da sind noch mehr nach oben sind auch ganz viele wie kommt man denn da überall dran das ist echt das wasser ist echt mächtig hier geht noch weiter hier mal versuchen ob das auch bei kartoffeln klappt haua 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 kaputt gemacht ja okay dafür ist es ja da jetzt muss ich mir hier wieder so einen kasten machen hier vor so einem komischen vor weiß auch glaube ich wem wir hier brauchen an der stelle dann bäm genau den au 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 das würde schon wieder hin abgestürzt und boom So, guck mal, hier unten ist der Safe-Point und wir haben genau 15 Minuten oben. Ja, super. Können wir den ersten Time-Break machen. Dann machen wir den ersten Time-Break hier, Leute. Macht's gut, haut rein, bis dann. Tschüss.